Ein Vulkan? Zweiter Vulkan! Ah, da! Den haben wir gar nicht gesehen! Wow! Erster Stopp heute, Puerto Varas. Und hier gibt es ganz viele Häuser, die aussehen, als ob sie in Deutschland stehen könnten. Die Häuser könnten vielleicht in Deutschland stehen, aber es gibt ja keine schneebedeckten Vulkane. Und das liegt auch daran, dass die Chilenen damals den deutschen Land geschenkt haben, weil sie wollten, dass es besiedelt wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und was man hier auch sieht, sind die Lavaströme, also getrocknete, abgekühlt. Und was man hier auch sieht, sind die Lavaströme. So, direkt am See soll es hier einen Campingplatz geben, der schön gelegen ist, aber leider gerade geschlossen hat, weil es letzte Woche so stark geregelt hat, dass hier so Schlammmassen in den See geflossen sind. Wir müssen das mal zeigen. Die Lavaströme. So, erster Tag campen nach Puerto Montt, ohne Campground, weil der ist ja leider weggeschlammt. Aber mit Pfefferminztee Original im Spiderman Becher. Cheers. Prost. Suppe kocht er auch gleich. Und unser Göffel. Genau. Und noch ein bisschen. Als Sparfüchse müssen wir natürlich Angebote mitnehmen und wenn das dann Nutella ist, nehmen wir das halt. Nutella-Brot. So, wir melden uns morgen zurück. Gute Nacht. So, wir melden uns morgen zurück. Heute hat Spidey heißen Kakao zu bieten. Frühstück. Brötchen mit Avocado und heute Ei. Traumhaft hier, ne? Da ist ein Fjord hier. Ich habe noch nie einen Fjord gesehen. Gibt es, glaube ich, sonst nur in Skandinavien. Achtung, heißer Ofen. Ich habe mich gerade ans Rohr gelehnt. War nicht so schlau. Jetzt ist meine Hand am Brennen. Wir haben hier extra eine Hütte gemietet, damit es mal eine wärmere Nacht wird. Es wird aber nicht so warm, dass man sich gleich verbrennt. Am wichtigsten war aber die heiße Dusche. Auf jeden Fall haben wir ein Fährticket gekauft, weil wir morgen mit der Fähre hier drüber setzen. So, wir sind auf der ersten Fähre von Zweien heute, um Richtung Patagonien so richtig loszufahren, weil man hier durch die Fjorde anders gar nicht durchkommt. So, wir sind auf der ersten Fähre von Zweien. Eine Fähre schon gefahren und jetzt fahren wir zur zweiten. Die zweite Fähre haben wir auch erfolgreich genommen und jetzt kann man nur sagen, welcome to Jurassic Park. Die zweite Fähre haben wir auch erfolgreich genommen und jetzt kann man nur sagen, wenn wir uns auf der ersten Fähre haben. Wir haben übrigens keine Kosten gescheut. Total gut. Wir hatten ja keine Ahnung, ob irgendwas aufhört. Hier gibt es so coole Unterstellplätze, so eine Art Campground. Und vielleicht müssen wir auch nichts bezahlen, wir wissen es noch nicht. Und es ist mitten im Nebelregenwald. Es ist auch niemand sonst hier, weil es regnet. Wir haben uns jetzt ins Auto verkrümelt. Es regnet nämlich schon die ganze Zeit. Und wir werden jetzt gleich mal versuchen zu schlafen. Drückt uns die Daumen, dass der Regen aufhört, damit die nächste Zeit in Patagonien echt schön wird. Drückt uns die Daumen, dass der Regen aufhört, damit die nächste Zeit in Patagonien echt schön wird.